als er kamen zu kennen das ist ganz gut das kenne ich doch ich will einfach irgendwo hin das wird schon was bringen und mit dem die Kluge die Verließe in der Mai ich muss doch aufnehmen drücken das ist der Hotkey oder was ne weil ich auch auch nicht auf drei Sekunden warten auch wenn ich ein Hotkey hätte Ich habe euch einfach mal geschenkt, damit ihr besser seid. Hat man hier irgendwie Items, die man einsetzt, oder wie? Ja. Ach, verdammt. Warte, lußt ihr jetzt schon auf? Ja. Oh, Torte. Sag mir doch, dann hätte ich nicht so gelust. Ja, ich muss warten. So, jetzt. Oh, ich habe euch extra geholfen. Und jetzt? Oh, was sei denn der Unsinn? Sag mir doch nichts. Ich tue mal gar nichts. Ich will mal warten. Sendet euch alle eure Power-Ups. Ja, tue ich das. Egal, ob sie die... Naja, nur wenn sie schlecht sind. Aber dann. Mann, ich brauche irgendwas, das ich benutzen kann. Nein. Okay, jetzt geht's richtig los. Ja. Jetzt sind wir nur die Aufwärmgründe. Knack ich kurz meinen Nacken. Hört ihr das? Knack, knack. Oh. Knarre. Jo, ich bin level. Du bist level up. Du hast eine neue Attacke gelernt. Shiggy, äh, Schattenboomer erlernt. A Quack, Narre. Oh my God. Schattenboomer erlernt auf Hotkey gesetzen. Hörst du deinen Hotkey für Camtasia? So, wer ist 2? 2, bitte. Jetzt sterbt ihr erstmal. Ja, sicher. Ich bin so gut in diesem Spiel und ich kann gar nicht sterben. Ja, das ist nämlich... Das ist cool. Hat man vorhin gesehen. Hat man vorhin gesehen. Gott Light Mode an. Oh, ich kann cutten. Ui. Macht mich voll schlecht. Äh. Wo macht die? Sehr gut. Jetzt bin ich erstmal leer. Was, wie soll ich jetzt verloren? Ah, da oben. Oh, ich hab gar nicht aufgepasst. Oh. 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 Das kriegst du jetzt. Ich kann gar nicht drücken. Und was müssen wir machen, um mich zu schauen? Nein. Nein. Oh. wieder leer eine Brille, yes Brille is epic, da kann man nämlich alles einfach auflösen ohne es schaum zu müssen Schmack die Brille, die Kacke Brille is awesome Das Spiel ist awesome irgendwie Ja, das Spiel macht Spaß Oh, geil, einmal ganz deleted, ey Boah, wie ich ablose Fuck Soll ich mit dir swappen? Ich wollt mit dir grad... Jetzt muss ich episch das Spiel Kann ich noch Sachen ficken? Äh, schade Ja klar, ich hab mich verloren das Ding Es war so klar Ja, ja, oh, ah, nee, 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 ich hab gewonnen Ich hab mit mir selber getwoppt Das war doch Nein, wirklich Ich wollte nur noch mal anmerken für die Zuschauer Ja, ich muss immer wieder mein Raubstecklinge hochdrehen Blubberblah 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 2, 2, 1, Abbell Seit Pauli Blöck in Blubberblah Okay, diesmal Diesmal packe ich auf, dass nicht an der Seite es und Turm hochwächst, der mich dann tötet Ja, Türme sind eh evil Türme sind truly evil Ja, ich hab eben vergessen an der Seite Zeug abzubauen, dann war das so ein Turm und dann... Lass mich alle in Ruhe, Mann! Dann dachte ich, wieso piepst das denn so? Was ist denn los? Wieso, wieso habe ich verloren? Wieso piepst das denn so? Oh Gott! Nein! Wer war das? Oh, ich hab die Teile auf mich selber gesetzt, oh! Jetzt lass mich alle in Ruhe! Nein, du bist groß! Fuck you! Ja, ich hab gewonnen! Ich will nicht reden! Irgendwas müssen wir machen, um die Zuschauer zu unterhalten. Hier, ich erzähl mal Witze! Okay Okay Der war gut Mirko, äh, Mirkos Mutter ist völlig aus der Rand und Bank. Mirko, ab jetzt sagst du nie mehr das Wort Maul, sondern nur noch Mund. Nach 5 Minuten kommt Mirko, auch ganz aufgeregt, in das Haus und sagt Mama, Mama, ich habe gerade einen Mundwurf gesehen. Alter, 5 Minuten, keine Ahnung, lange brauchst du, um diesen Witz zu klären. Ach du so, ich muss einfach lachen, du warst uns lachen, wir hast uns lachen, dann. Ah, ich muss einfach lachen, du hast uns lachen, dann. irgendwie sind wir plötzlich alles so nett geworden ja, ihr werdet echt nett, ich benutze gar keine Items, damit mir sowas nicht passiert Oh cool, jetzt ist es noch besser Was ist das? Wie baut man sowas? Das Spiel macht so viel Spaß Wie krieg ich das weg? Oh, die so fiese Lache von Shampoo, oh, die macht mir Angst Ja, danke, danke Ah, ich hab überlebt! Zuletzt hab ich geregt Ich hab einfach irgendwas gedrückt, deswegen weiß ich nicht, was passiert ist Oh nein, es piept, es piept! Nein, ich sterbe! Oh, Dreck! Gar nix, Justo Ich will dich retten Ich werde dich retten Ich bin schon lange weg Zu spät Ich werde dich retten, 5 Minuten nachdem ich tot geworden bin Oh, das wunderschön Ja, das ist ja ein bisschen Oh, das ist ja ein bisschen Ja, das mein ich Ja, da mein ich Das meine ich Das ist ja ein bisschen So, jetzt schau' ich dir was Boah! 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 Was? Nein, ich wollte gerade tauschen. Machen, das hat nicht funktioniert. Das ist ein Bug. Ich hätte gewonnen. Das ist ein Bug. Er hat ein Bug. Das kann gar nichts anderes sein. Ich war eigentlich tot. Wenn du verlierst, kann das nur ein Bug sein. Natürlich. Dieses Bomberman, das war ja auch voll verpackt. Bomberman, das war das Verpacktesteste. Ich muss mal eine E-Mail an das Support schreiben, dass die das mega ausbessern. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Ich bin der Schlaumeier verliert, das geht ja gar nicht. Der ist von der Bug. Echt mal total. Deswegen will ich auch immer. Ich werde immer besser. Ich werde mir Bug sogar den Namen. Das war nicht diese Lange. Ich habe eine geile Lache. Ja, da. Woher ist all my awesomeness? I'm gonna pawn you with my super awesome thing. Ah, cool. Du wirst pawn, dann pawn jetzt mal das hier. Ah! Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Noch aber nicht mehr lange. Hat dir was geschafft? Ich sehe ich endlich wer mir was schickt. Ich habe mich gerade noch gerettet. Verstören. Das ist alles verstörend. Das ist alles verstörend. All your base I don't belong to you. You, Dime Monster, you don't belong in this world. Fuck. I want to be the guy. So, ich mach jetzt auch mal hin. Dime Monster. You don't belong in this world. Nein, wenn du rechtst. ichAN-Lache, hier. Ich sitze am Ende des Mitzens, hier. Oh, no, no. Hör auf! Ich sitze am Ende des Mitzens. Nein, weg, 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 verdammt. Ja, ja, haha. Ja, ja, haha. Die Bugs wurden beseitigt, das gibt es ja gar nicht, ey. Du bist nicht mehr fertig, ist wegen dir. Spiel besser. Nur wegen dir von die Bugsbeseitigt, ey. jetzt gewinne ich nie mehr doch los geht's killen 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 töten töten ich schwöre ich kill euch alle ich kill euch alle hey ich hab mich noch mal ja ich mich noch mal Prozent die Prozent weg und er hat ihn Prozent weg damit irgendwo hin klicken heute nur positive für mich Klasse ich bin tot Wieso das denn? Jetzt gibt es Bugs bei Leber Nein! Mann, ich habe drei Sachen geschickt, es hat nicht gereicht. Ich bin leer. 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 What is this? Was kann ich mir da alles kaufen? Ich kann mir, dass ich so fast Gewinne kaufen. Ich kaufe dir auch alles. Nee, ich habe noch gar nichts gekauft. Doch. Jaja, was sagst du? Super Saiyajin? Ich kaufe mir Super Saiyajin. Ich kaufe mir Super Saiyajin. Kennst du nicht Dragon Ball Z? Nee. Ich auch nicht. Deswegen rede ich darüber. Klar. Mann, es war... Oh, das Spiel macht so viel Spaß, wenn man allen eine reinwürgen kann. Kennt ihr das Spiel Munchkin? Nein. Das ist so ein Kartenspiel. Das ist eine Parodie auf alle Multiplayer-Spiele, so World of Warcraft und so. Das macht so viel Spaß, den anderen da eine reinzuwirken. Das glaubt mir gar nicht, ey. Ich bin so schadenfroh. Wieso verliere ich gerade? Weil ich dir die ganze Zeit Sachen schicke. Ich fühle dich gern. Was? Wie sagst du so wenig? Ich habe einfach einen negativen Effekt auf mich selber eingesetzt. Und es ist so einen positiven Effekt, die Wand ist. Äh... Das nennt man so wenig wie man. Das nennt man Magie. Das nennt man Magie. Ich will auch Magie. Nein! Nein! Ich hätte löschen können. Oh nein! Ich will aber auch Magie haben. Nein, ich muss irgendwie loswerden. Ja, gut. Thomas, spiel ich. Wann ist du mal? Wann ist du mal? Wann ist du mal? Wann ist du mal? Wann ist so viel hab ich hier? Wo? Nein, ich hab rein gedrückt. Oh man! I'm the awesome, I'm the awesome. You are nothing. Against me.